Management studieren An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best of the Learnings hier für euch als Reihe. Sie können Ihrem Körper hier nichts Besseres tun, als das, was wir hier gerade tun. Aber wenn Sie wirklich gerne da kurz rauf gehen, schauen, was da in diesem Plafond drin hängt. Sie selber sollen sich bewusst werden, was Sie für Gefühle haben, wie Sie reagieren, was Sie für Muster haben durch Ihre Sozialisierung. Und sollen erkennen, wo ist mein nächster Entwicklungsschritt, der nötig ist für mich. Jawohl, mit fröhlicher Konstanz geht's auf jetzt. Die Muster, die menschlichen, sind so stark psychologisch eingebettet, dass man wirklich Energie braucht für Veränderung. Und das fängt bei den jungen Leuten an. Das heißt, wir müssen etwas in ihren Augen verändern, dann verändern sie sich selber. Die Muster, 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 die